EU Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Peck-Opening. Oh ja, wir fallen so vorhin an, hier. Messi, Hazard und Higuain. So, mit der Nase. Kann schon. So, ich stehe auf. Drehen uns um, schließen die Augen. So, wenn ich mich jetzt umdrehe, will ich mir mal informieren. Was haben wir drin? Contrao. Contrao. In school. Aber nicht das, was wir wollen. Der ist, glaube ich, das Pferd. Nehmen wir mal mit. Okay, kommen wir zum nächsten Set. Was ist diesmal für eine Kombo? Ja, Howard, Alaba und Messi. So, wir öffnen es. Und, ja, wo wir jetzt was Gutes drin haben. Ja, das wollen wir, und wir haben drin, die Falschmaßheit. Aber es ist ja andere, dann würde ich ausrasten. Ups. Und eigentlich schauen, jetzt, wie viel der Wettbewerb ist. Oh, das Wappen aktivieren wir. Das ist cool. Sag, komm schon, nächstes Set. Mit. Hassad. Riesenmann, Herr Gauin und Hassad. Wir schließen die Augen. und wenn ich sie jetzt öffne immer drin die lobt und ein gratis okay okay zweit ist es heute so wir wollen jetzt noch mal was richtig krasses komm schon so perfekt Alaba Messi und hat sagt wir öffnen es stehen auf und schließen die Augen und drehen uns nicht um sondern wir gehen das an den Bildschirm und was haben wir drinnen Williamson Schimpfung der richtig schnell ist und Bruma der auch richtig schnell ist es ist der für die Schimpfungswert 8 Scheiße ich dachte jetzt 50 wird ja die ok Nummer 2000 Münzen so geht auf die Transferliste So jetzt kommen wir zum letzten Zettbewerb mit David Alaba, ne, mit Messi, ne, 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 ja, mit der Nase und ich verschwinde damals nicht. Ich öffne sie und sehe ein Duplikat, die Turbe, da auch noch eine kleine Pilsnode. Leider auch nichts wert. Ganz mal auf Platzwertes Glocken. So, ja, das war dann aber auch schon von diesem Pack-Opening. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.